Ha, ich hab meine Sachen. Und jetzt will ich dieses Zinnverkommen abbauen. Nicht den ganzen Boden unter mir wegschmettern. Wie jetzt? Ich trage zu viel. Was? 300? Wie viel wiegt denn das? 24! Bernstein, wertvoll. Roherz muss zunächst mit Hilfe eines Schmelzofens veredelt werden, bevor es mit Hilfe einer Schmiede weiterverarbeitet werden kann. Um einen Schmelzofen zu errichten, benötigst du Surtlingkerne. Diese findest du an dunklen Orten unter der Erde. Dunkle Orte unter der Erde. Das heißt Dungeons. Wo ich auf die Mütze bekomme. Du musst weniger Gegenstände mit dir herumtragen. Wenn du zu viele Gegenstände mit dir führst, wirst du beladen, wodurch du langsam wirst und dann Ausdauer verlierst. Oh, what? Das ist ein Skelett. Ich hab noch nie ein Skelett gehabt. Wo kommst du her? Skeleton. Yo! Ich will jetzt nicht stürmen. Ich hab 17 AP. Moment, ich hab noch kein Bett hier hinten. Oh mein Gott. Ah, er fokust. Ich komm von hinten. Sieben AP. I'm out. Jetzt fängt wir am Leben. Oh mein Gott. Das lässt nur Harz fallen. Warum sind Skelette hier? Hast du die mitgezogen? Oh nein. Ranze! Ich kämpfe das Skelett gegen den anderen Typen. Das ist one hit. Warum kommen die plötzlich Skeletten? Oh mein Gott. Und warum sind denn jetzt echt Skelette da? Fuck. Ja gut. Gegeben. Also, ich würde sagen, er hat gewonnen. Ranze! Hat hier das gebaut. Die große Halle. Holy Balken. What the fuck? Ich hätte gerne noch einen Balken. Es sind mir zu wenige. Das Ding ist, sonst würde das ganze Dach einstürzen. Für sechs. Okay, hier werden wir unsere Götter ehren und schlachten. Äh, nicht die Götter schlachten. Die Götter ehren und unschuldige schlachten. Und saufen. Origien feiern. So stelle ich mir das vor. Das hat alles Ranze gebaut. Was ist hier? Die Krimmels bauen extra. Ja gut, dann schaut es echt mehr aus wie ein Dorf. Sieht schön aus jetzt. Da ist ein Kreuz. Okay. Das sehe ich dann noch. Ja. What's up? Schau mich hier oben. Spindkontrolle. Spindkontrolle. Werden hier irgendwelche Sachen versteckt? Irgendwelche Leute, die man abmutzen kann. Sklaven. Wir haben so ein kleines Anstacheln. Irgendwie kommt man das vor. Was ist denn hier jetzt? Der Wald bewegt sich. Au. Das ist nicht. Das ist weniger. Das ist. Das ist. Alles in der Kontrolle. Nicht. Wie viele sind hier? Yo. Ich brauche eine Bazooka. Ja, dann gehen wir hier rein. Are you ready to rumble? Ehe, betreten. Was soll schon passieren? Grabkammern. Ah! Okay. Moment. Vorsichtig. Holy shit. Hälfte Leben abgezogen. Was ist denn? Wir hätten... Wir hätten natürlich auch vielleicht eine Werkbank und ein Bett vor der Höhle. aufstellen können, oder? Das wäre natürlich eine Idee, gell? Oh, nein, nein, nein. Vorsicht. Da ist jemand wütend. Niemand kommt. Alles ist gut. Wir brauchen hier ganz schnell... Okay. Der kann das ganz schnell kaputt machen. Okay. It's over. Oh, fuck. Yo. Kumpel, sein jetzt auch. Ich mach dich fertig. Oh, damage. Ich schieße ihn von... Ich schieße ihn ab. Troll müssen wir eh erledigen. Okay. Yo. Das mit dem Pfeilwein versehen. Okay. Grimmel, kannst du das Bett anklicken? Versuch's. Oh, nein. Is it down? Oh, no. Spawnpunkt gesetzt. Das hätte funktioniert. Das reicht mit dem Dach. Oh, no. Grimmel. Oh, no. Also, der Troll macht das kaputt. Ich mein, du hast ein bezauberndes Lächeln, Freund. Vorher die Ausdauer... Oh, God. Also, ich renne gegen so ein fucking Ding da hinter mir. Oh, direkt in die Kokolores, Kumpel. Oh, nein. I got him. Der Trollschlechter. Der Trollschlechter ist da. Was kriege ich? Was? Troll-Trophäe. Neues Material. Trollhaut. So sieht's nämlich aus. Und eine Troll-Trophäe. Oh, God. Ich hab mir den kleinen Zeh angehauen. Ich sterbe. Fuck. Und am Tisch. Die Box. Die Kante. Troll erschlagen. Und dann sowas. God damn it. Von mir aus kann es losgehen. Ausgeruht. Bonus ist da. Jetzt kann kommen was wolle. Wir sind bereit für die Schätze. Okay. Ich blocke. Du kannst nicht von hinten. Oh, doch nicht. Okay. Ich geh von hinten. Yeah. So machen wir das. Teamwork. It's all about the teamwork. Hier ist ne Tür. Surprise, motherfucker. Butterbritzel am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Hier ist ne... Oh, hier ist ne Chest. Bärenstein und Pfeile. Auf. Versehen. Auf. Okay. Oh ja, wenn er im Sandwich ist. Okay, Skelett. Was? Ah, ich brauche ein Sandwich. Was? Besorgt mich das so wichtig? Kommen wir von hier? Ich hab... Ich hab... Ich bin schon völlig lost. Ich bin sowas von lost schon. Die Frage ist... Ist hier überhaupt irgendwas? Oder sollen hier nur Skelette sein? Ich glaube nicht. Ich glaube, hier muss irgendwo... Der Obershit sein. Vielleicht nicht der Obershit, aber irgendwas... Specialmäßiges muss hier sein. Da. Oder kann es sein, dass in einem Dungeon nix ist? Hm. Zählt die Frage? Haben wir was übersehen? Ich dachte, es gibt immer eine Belohnung in so einem Dungeon, wo du irgendwas... Aus dem... Aus so einem Dungeon rausholen musst, wo du was bekommst. Ach, hier ist gleich nebenan noch einer. Okay. Trollhöhle? Jesus Maria. Ja, Sichi! Direkt zerfetzt! Oh mein Gott! Ich seh nix! Ach so, ich bin automatisch raus. Okay. Wow! Okay, das war ein Schlag. Zersäbelt. Yo. Ich weiß nicht, ob der jetzt wieder hier ist. Oh mein Gott! Ja, das ist jetzt blöd. Da kann man nicht mal seine Sachen holen, oder? Oh mein Gott! Das wäre jetzt ganz schlecht. Okay, Halleluja! Ich hab meine Sachen... Ja, aber wir wissen auf dem engen Raum... Ja, ich glaube, das ist einfach useless, oder? Wir wissen auf dem engen Raum... Moment, hier ist ja gar nix. Hier ist gar nix. Hier ist nur der Troll. Ist da ne Kiste? Da gibt's kein... Ah! Adios! Ich glaube, da war ne Kiste... Bin mir nicht sicher. Egal. Na, nach olan. Vielen Dank.